Das sind Schnüffler. Ich fress den Besen, wenn das keine Schnüffler sind. Ich möchte wissen, wo die herkommen. Frag sie doch. Das werde ich auch. Aber ein bisschen später. Zuerst muss mal der Vogel in die Luft fliegen. Wenn die ihn finden, dann war alles umsonst. Wir müssen auf jeden Fall vor denen unten sein. Aber wie? Wenn die auch tauchen, was ist dann? Dann werden wir eben dafür sorgen, dass sie unten bleiben. Unten ist viel Platz. Hast du die Dynamitpatronen? Mhm. Ja. Da ist niemand drin. Das ist ja interessant. Das scheint ein Frühaufsteher zu sein. Los runter. Sonst kommen wir noch zum Rondeaut zu spät. Das ist ja interessant. 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 Das ist ja interessant.